so salve commanders heute sind wir hier angedockt auf hake port wie auch immer was steht an wir wollen weiter ein bisschen kohle machen und wollen doch mal schauen ob ein paar leute irgendwo mit hinnehmen können was sich für alle beteiligten lohnen könnte da haben wir doch schon was gagoo ein schöner name für einen planeten 2 millionen credits eine feine sache gucken wir doch mal die einsley leblanc fünf leute alles im rahmen reicher tourist naja irgendwo muss das geld herkommen wollen nach fernlandes stock in gagoo das klingt doch gut für 2,2 millionen credits da lasst uns doch mal schauen wo gagoo ist rote planung abgeschlossen drei sprünge hey das sieht doch gut aus trug stufe 8 schau mal sucht euch meine kabine aus das passt alles klar schauen ob die guten eingestiegen sind die sind schon mal an bord gegangen da würde ich sagen hey wenn wir jetzt gerade noch ein bisschen luft haben schauen wir da wollten doch noch welche hin dann nehmen wir die doch einfach noch mit lädt da kagoo oma roman auch ein reicher tourist na dann ok foto lädt noch sieht ja noch ganz sympathisch aus der gute zwei leute rein ja das nehmen wir doch an gucken ob die guten auch gleich an bord kommt da sind sie hat nicht so schnell und die route ist geplant da würde ich mal sagen vor dem wir keine zeit zeit ist geld und geld ist da alles geladen kraftstoff gecheckt na dann geht's los Was? Den hat es nicht leicht Ein Ratschrei Schlecht Warten in Warteschlange Wer kommt denn da hier noch? Ah, da kommt jemand runter Eine ASP-Skull, sagt er Ist das... Da... Okay, schick Sehr schick Na gut Dann wir uns mal Wir uns hier rausdrehen Nach Hayades, Hayades Sektor, okay Wie auch immer Da ist schon was da unser... Was der Sprungkorridor Ja dann Abjadet Und schon sind wir da Wenn wir uns erstmal in Takt positionieren, Navigation fern an der Stock, das klingt doch gut nach Ziel, Stern habe angewählt, auf der linken Seite, dann scannen wir gleich erstmal das System, das mal wissen wie es hier aussieht, 16 Planeten erkannt und gescannt, der Supergruß hat sich aktiviert, das ist schön, und wir ballern ein bisschen fix, düsen weg vom Planeten, und düsen ab in Richtung fern an der Stock, oh, ist einsam hier draußen, da kann man sich schon mal langweilen, so sehe ich das auch, gut, da hat es schon was, ich bin, fern an der Stock, wir gucken mal kurz in die Karte rein, ist da am zweiten Gasplaneten, da ist er, Gasriese der Klasse 3, der zweite Planete im Umlauf, da ist fern an der Stock, unser Missionsziel, zack, da ist er auch fern an der Stock, 22 Millionen Meier, tja, was sind das hier, monochromer Planeten, das sieht aber plass aus, der sieht aber plass aus, spannend, coole Sache, ah, jetzt sind wir an die Kremsen, und, oh, Station ist da, dann müssen wir mal an, da ist es selten, oder? Oh, da ist noch nicht noch, jetzt sind wir an die Station, ja, da ist der Planet ja wiederum, ja, der Autopilot ist an, kann man sich entspannen, da sind wir schon im Anflug auf das Dock, das macht das natürlich ein bisschen spannend hier, am besten ein bisschen abkürzen, ne, warum? Oh, dann auf die 3.0 Da, einmal quer durch die Halle, 물k, oh, da lags jetzt hier auchождert Black böylece So, dann machen wir uns ein paar deverung mal, Had ich ein, gucken, Und da sagen sie schon, Haken erledigt, dann würde ich mal sagen, hey Leute, wir sind da, raus mit der Kohle. Und dann kann auch schon jeder seines Weges gehen. Genau, wir haben euch sicher angebracht. Dann noch eine gute Reise. Und auch bei euch nehmen wir die Bezahloption. 2 Millionen tun immer gut. Ja, und in dem Sinne kann man nur sagen, Mission accomplished. Feine Sache, also dann, bis zum nächsten Mal, Salve Command.